Du hast kaum Zeit zu kochen und möchtest trotzdem auf eine abwechslungsreiche und schnelle Art dein Essen zubereiten? Kaum ein Gerät ist da hilfreicher als ein Ehrfreier. So macht das Kochen wieder Spaß und das auf eine wirklich gesunde und einfache Art. Ein solches Gerät ist so vielseitig und bietet so viele Vorteile, aber sie selbst, es geht in diesem Video um den DeLonghi MultiFry Extra Chef Plus FH 1396. Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Kombination aus einem Multicooker und einer Heißluftfritteuse für die Zubereitung von den unterschiedlichsten Gerichten. Der MultiFry ermöglicht nicht nur die Zubereitung von frischen Kartoffeln mit einem Minimum an Öl, sondern zaubert auch viele weitere Gerichte. Denn es lassen sich wirklich eine ganze Reihe weiter köstlicher Rezepte zubereiten. Von Risotto bis Couscous, von Eintopfgerichten bis Ratatouille. Mit diesem Gerät kann sogar Pizza und Kuchen sowie Quiche zubereitet werden. Die Speisen sind außen knusprig und innen saftig. Eine schnelle Zubereitung sorgt für eine maximale Zeitersparnis. Dieses Gerät kann mit und ohne dem Rührelement verwendet werden, was die Zubereitung verschiedenster Rezepte ermöglicht. Eine Grillfunktion erweitert die Zubereitungsarten. Generell kann in diesem Fryer mit wenig bzw. gar keinem Öl das Essen schon zubereitet werden. Bis zu 1,7 Kilogramm frische Kartoffeln können zum Beispiel mit einem Minimum an Öl zubereitet werden, während tiefgekühlte Kartoffelprodukte bis zu 1,5 Kilogramm sogar ohne Ölzugabe zubereitet werden können. Das macht diese Zubereitungsart wirklich gesund und wesentlich kalorienarmer als in einer herkömmlichen Fritteuse. Die Programmierung erfolgt ganz einfach über das digitale Bedienfeld und 5 voreingestellte Programme für Kartoffeln, Pizza, Kuchen, Eintöpfe und Grillfunktion sowie 3 Spezialprogramme für Pfannen, Ofen und Gratinfunktion erleichtern das Einstellen. Durch den vollständig transparenten Deckel kannst du permanent kontrollieren, wie weit der Kochvorgang vorangeschritten ist und alle verwendeten Materialien bei diesem Gerät sind komplett BPA-frei. Als Zubehör erhältst du 2 Schüsseln mit glattem Boden für eine noch einfachere Zubereitung von Pizzen und Kuchen sowie einen Edelstahlgrilleinsatz. Viele verwenden ein solches Gerät leider nur, um Pommes oder Kartoffeln zuzubereiten. Aber die Zubereitungsmöglichkeiten gehen so viel weiter, das solltest du nicht außer Acht lassen. Viele interessante und neue Rezepte findest du im Internet. Der Vielfalt sind hier wirklich kaum Grenzen gesetzt. Bei Amazon Kunden ist dieser Fryer sehr beliebt, wie in den vielen Bewertungen zu lesen ist und wie auch die Kundenzufriedenheit von 4,7 von 5 Sternen zeigt. Da dieses Gerät zurzeit ordentlich im Preis gesenkt ist und auch noch kostenlos innerhalb Deutschlands versandt wird, kann hier kräftig gespart werden. Deshalb klicke sogleich auf den Link unterhalb dieses Videos, um dir dieses praktische und vielseitige Gerät zu sichern.